Wenn ich das anmelden darf, Sir, dieser Ort wird mir viel gefehlt. Da wollen wir doch mal gucken, was es hier alles gibt. Ist der Terminal? Sperrenfahrer. Okay. Ton? Gar nichts. Anyone? Auch nichts. Das Ding ist nicht mehr über uns. Sollte sich mit einem Terminal öffnen lassen. Die Dunkelheit ist schlimm, aber wenigstens sieht man das durcheinander nicht. Probieren wir es nochmal an. Den Treffer 1. Ach so. Ich habe die Ahnung, dass uns da was Schönes drinnen aber rutscht. Da hat sich jemand bei mir festgelegt. Füllen. Okay. Ich muss das mal aufhören. So. Sag mal. Ja, ich probiere es jetzt noch einmal und dann gehen wir erstmal weiter. Da братte michdrive. Nee, ich bin bereitwillig. Ich muss das verbar化 niederle Be犯 Frieden. Und dann muss ich, Moment. Wer geht um einen, Moment noch einmal und was da. Und dann kann man das draussen. Ich besuche es noch zurecht, um den Dosen, mit einem Dosen, mit dem Dosen, mit einem Giffen. Bolzenheim. Wer ist denn? Ewige Aussprache, aber das muss manchmal auch sein bei diesen komischen... Ja. Cool. Ah, jetzt bin ich drinnen. Gut. Nachrichten rum. Ah, äh... Wachsenwurm. Ja, ganz klar. Wer? Fische mit dem an. Eine Mini-Altrung. Ja. US-Handbuch für verdeckte Einsätze. Ausgezeichnet. Du willst dauerhaft beim Schleichen, schwieriger zu entdecken. Ey, ist ja cool. Meine Güte, der Staub! Ich würde noch mehr ruhig schreien. Gehe. Nehmen wir mal noch mit. Schon alt dran. Ich schlage ein bisschen Krippe auf. Lass die Teller. Und, dass wohl ein Mollet aufkommt geht. Und jetzt. Auf die Tasse. Guck mal, ob das klemmert. Safe in Sperr-Einstellung. Ja, das ist halt fast gut. Jetzt haben wir's. Du schaffst. 210 mm auf das 200. Schwund. Super. Und schon eine Mini-Altrung haben wir gefunden. Guck mal, ob das passende Kleber sind. Hey! Und wo? Das war. Radar im Ohr. Radar im Ohr. Radar im Ohr. Wink ist bei. Das war's was. Das war's. Wird das gemacht. Das war's. Das war's. Das war's mal hier. Stim-Pack-Relax. Halten Dosen. Ja, kurz hier. Nehmen wir mal alles mit. Und Bami. Ach, die Animation ist immer so schön. Wolli ist mir immer mit. Wolli ist mir immer mit. Wolli ist das noch mal mit. Wolli ist das noch mal mit. Wolli ist das noch mal mit. Aluminium, proper, jetzt verblätt. Wolli ist mir immer mit. Vor 200 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Staub gibt. Guck mal, ich stülf. Wolli ist das noch mal mit. Also, das war's. So, glaube ich. Du hast auch noch mal mit. So, wie gesagt. Das ist noch mal mit. Wenn ich mich richtig fühle, Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. Die Alphagun 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 Mann Solutions Sie glauben dann nicht wie meine Putz-Sensoren hier anschlagen Ok dann haben wir erstmal eine Mini-Gun organisiert Am�ie Ich gebe dir jetzt erstmal, jetzt haben wir schon 2 Milligramm zu geben, Unterhaltsband, das braucht man jetzt auch nicht, das Radar-Leader-Sandbrille, und du bekommst dann wieder noch oben drauf, den ganzen Schrott. Damit brauchen wir ein bisschen mehr einsam, denn das brauchen wir ja alles für Sanctuary, das brauchen wir für Sanctuary, ist die Tür hier, die machen wir mal einmal hier, jetzt machen wir die gleich bei mir auf, da steht die mit der Minigun da, ich glaube es nicht. Was macht das Brotten? Dann nehme ich, genau das habe ich gesehen. Jetzt noch mal, ob es hakt. Noch mal Holz, Gistern. Hopp. Doh. Ja, als Frau. Das Birken. Es ist ein Red Beads. Hier. Ich bin jetzt schon dran. Wie schön. Nachrichten raumschlüsseln. Schäme. Ich finde diese Dunkelheit absolut unnötig. Ich hab noch recht. Vielleicht nur noch. Aber was ist da oben? Zu lange bist du? Baldemöde, der Staub! Aufbereitetes Wasser. Kreide, die an der Wand klebt. Was habt ihr denn mit der Kreide gemacht? Gar nicht wissen. Oh. Sehr dunkel, jetzt verpassen Sie auf, wo Sie hintreten. So. Gibt es hier eigentlich... Ja. Ich sehe meine Putschentur in die Anschlag. Wo Sie uns glauben? Wir können uns ent... Wir können uns hier... Die Powerrüstung holen. Scheint vielleicht im Militärstandort, dass der Ordner jetzt nicht... Das heißt, wir können uns eine zweite Powerrüstung organisieren. Vor zweihundert Jahren hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Staub geben könnte. Ja. Ein bisschen. So. Nein. Mist. Ja. Ja. Ich weiss. Ich weiss. Ja. Ich weiss. Nichts. Ich weiss. So, da ist nichts weiter drüben. Ich wollte sagen, dann können wir uns gehen. Dann sind wir mit der Station. Die Bihörn war auch fertig. Dann waren wir drüber. Ja, kann sich damit schon mal durchlaufen. Da war es das gewesen. Das habe ich mal außer Spesen nichts gewesen. Aber wir haben den Fusionskampf, den ich wollte. Schönen Baum, willkommen. Vor 200 Jahren hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Staub gäbe. Ja, das hast du schon mal gedacht. Eindrucksvolle Befestigung. Das ist hoffentlich nicht schlecht für uns. Ach, das war der Raider, den ich vorhin abgeknallt habe. Ach, mein Gott. Was ist das? Gut. Das hätte wohlfühlt. vermutlich. Das ist hoffentlich nicht. Es gibt wohlhandschuhe. Und das hat er. Und das hat der Schlüsselmutter für das, das hat er alles zu lassen. Da hinten ist der Vertikloch, ich würde sagen, wir schnappen jetzt erstmal die Rüstung. Und wir gucken, dass wir dann das mal Richtung der Siedlung kommen. Hm. 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 Das ging nur daneben. So. Eine T55 war zwar nicht vollständig, aber die Bestellekammer nicht. Wir werden nämlich früher oder später genug Teile zusammengefahren. Das haben wir hier. Der Rüstung der Pilz. Der Rüstung der Pilz ist der nod. Hö alt! Hö alt! Hö alt! Hö alt! Was kann ich für Sie tun, Son? Die hat sich selbst gesprengt. Sie sind das für ein Viel. Hier, den Schlüssel. Hier, den Schlüssel. Hier, den Schlüssel. Hier, den Schlüssel. Das ist einiger Feld. Und die mich angreifen. Ich glaube aber, wir haben jetzt endlich die Form gefunden. Nur kleine Modell. Ein Pinus Fluff. Ein Pinus Fluff.